Sie haben viele Spieler am Display, das erste Mal studiert, am Bildschirm verfolgt und jetzt auch in den letzten Tagen persönlich getroffen. Was hat Sie denn bei diesen persönlichen Kontakten überrascht? Ist jemand anders als in den Videos, die Sie... Ja, ja, absolut. Es sind Spieler, wie man die Videos sieht, die dich dann auch auf den Platz positiv überraschen oder umgekehrt. Wer wie? Ja, natürlich werde ich da nicht öffentliche Namen nennen. Aber ich glaube, momentan ist es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich erst drei, vier Tage zusammengearbeitet haben, auf Kunstrasen, sehr glitschig dazu. Viele Spieler können noch nicht ganz hundertprozentig trainieren. Also das wird sich doch zeigen, bis der Meisterschaft startet, wo wir die ganze Mannschaft beisammen. Wir sind noch dran, noch der eine oder andere Verstärkung zu suchen. Also ein guter Eindruck, aber es ist noch zu früh zu sagen, wo wir und wie wir spielen werden. Sie haben eine Sache. Vielen Dank.